Was geht YouTube? Die erste Lesung im Bundestag ist durch, jetzt geht es in den Ausschuss, wo über Änderungen diskutiert wurde. Es geht ganz konkret um die 25-Gramm-Grenze, die muss meiner Ansicht nach für den eigenen Anbau weg. Es geht um Grenzwerte im Straßenverkehr, es geht um die Entwicklung des Schwarzmarkts. Es geht natürlich auch um den Zeitplan, also wann kann man denn nun wirklich mit der Legalisierung im nächsten Jahr planen. Und wenn dich das Thema interessiert, dann doch gleich mal den Kanal abonnieren, um keine Inhalte zum Thema Grow und Cannabis zu verpassen. Los geht's. Zur Frage, also grundsätzlich stellt sich für uns natürlich schon die Frage, wozu man überhaupt Obergrenzen braucht beim Besitz von Cannabis, wenn wir den vergleichsweise nicht bei Alkohol und Tabak auch haben. Uns geht es ja um eine möglichst weitgehende Angleichung beider Substanzen, vielleicht auch mit etwas schränkeren Regeln für Alkohol letztendlich, aber eine Besitz-Obergrenze sehe ich da nicht zwingend. Wobei in der Öffentlichkeit die Obergrenze von 25 Gramm vermutlich für die meisten tatsächlich der Weg aus der Strafverfolgung raus ist. Das ist jetzt kein Riesendrama, sage ich mal. Ein Problem ist die 25-Gramm-Obergrenze allerdings im privaten Bereich, wo sie auch gilt. Und zwar auch für frisch geerntetes Cannabis und damit im Prinzip der Eigenanbau getötet wird. Also der Eigenanbau ist dysfunktional in diesem Gesetz bei einer Besitz-Obergrenze von 25 Gramm. Absolut wichtiger Punkt. Im Gesetzesentwurf steht ja aktuell eine Grenze von 25 Gramm. Von 25 Gramm Cannabis. Schaut man aber mal genauer in den Gesetzentwurf rein, dann sieht man, dass mit Cannabis Pflanzen Blütenmaterial gemeint ist. Aber es wird gar nicht gesagt, dass das Ganze trocken sein muss. Denn in den Begriffsbestimmungen, ich zeige das Ganze hier mal, sieht man, dass das Marihuana das getrocknete Material ist. Und mit 25 Gramm frisch, da kommt man nun wirklich nicht weit. Ich möchte aber hier nochmal ein anderes Problemchen zeigen. Ja, wie viel kann man denn pro Monat erwarten? Also wenn man drei Pflanzen hat, man darf nur maximal diese drei Pflanzen haben. Ja, könnte man alle drei Pflanzen gleichzeitig an den Start bringen. Und nach drei Monaten, also ein Grow geht circa drei Monate, hätte man dann 75 Gramm pro Quadrat, pro Quartal hat man 75 Gramm. Man landet bei 300 Gramm. Im unteren Beispiel, auch wenn man das Ganze versetzt macht, viel ändert sich nicht. Man erntet dann jeden Monat 25 Gramm, man landet wieder bei den 300 Gramm jährlich. Aber was oder wie viel können denn Mitglieder in einer Anbauvereinigung im Cannabis Social Club bekommen? Und da steht tatsächlich, dass die bis zu 50 Gramm haben dürfen. Also es ist tatsächlich eine Ungleichbehandlung. Deswegen plädiere ich an dieser Stelle dafür, diese Grenze anzuheben. Haben Sie irgendwelche Erkenntnisse darüber, wie tatsächlich sich die Legalisierung von Cannabis auf den Schwarzmarkt in den entsprechenden Ländern ausgewirkt hat? Alexander Peutz, stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Zu Auswirkungen der Legalisierung in anderen Ländern haben grundsätzlich keine Erkenntnisse. Die Gewerkschaft der Polizei, im Endeffekt die Polizei, hat keine Erkenntnisse darüber, wie sich die Legalisierung von Cannabis in anderen Ländern ausgewirkt hat. Wir sehen dennoch eine Gefahr, ein Risiko hinsichtlich der Reaktionen des Schwarzmarkts. Warum? Weil das Preisgefüge zwischen legalem und illegalem Cannabis den Markt bestimmen wird. Ja, das Preisgefüge wird natürlich den Markt bestimmen. Wenn ich aber zu Hause in meinen eigenen vier Wänden deutlich günstiger anbauen kann, als der Preis oder der Durchschnittsgrammpreis auf dem Schwarzmarkt, dann ist das natürlich positiv, wenn man den Schwarzmarkt zurückdrängen möchte. Können Sie vielleicht nochmal ausführen, inwiefern Sie tatsächlich die Möglichkeit sehen, dass der Schwarzmarkt durch die Möglichkeit zum Eigenanbau nachhaltig bekämpft werden könnte? Ja, klar wird der Schwarzmarkt reduziert. Für mich ist das vollkommen eindeutig, wie Herr Werser schon gesagt hat. Jetzt haben wir eine 100% Versorgung vom Schwarzmarkt, wenn man den Eigenanbau mit als Schwarzmarkt zählt. Auf jeden Fall ist er illegal. Und jedes Gramm, was dann am Ende über legale Bezugswege geht, geht nicht mehr über den Schwarzmarkt. Ja, also mit Blick auf diesen Kanal werde ich natürlich alles geben, die Leute aufzuschlauen, das Interesse zu wecken, das auch erfolgreich in den eigenen vier Wänden angebaut werden kann. Und das zeigt sich dann vielleicht auch in ein paar Jahren mit entsprechenden Untersuchungen auf dem Schwarzmarkt, dass man den Schwarzmarkt entsprechend zurückdrehen kann. Ich hatte auch dazu schon mal ein Video gemacht, also was sind die Auswirkungen der Legalisierung. Und ich zeige auch hier nochmal kurz die Grafik. Also Kanada hat im Endeffekt die Erfahrung gemacht, die Legalisierung ging los. Und dann Step by Step gab es tatsächlich diese, ich sage mal, x-förmige Verschiebung. Der Schwarzmarkt ging immer weiter runter, also die Umsätze. Und der legale Markt, die Umsätze stiegen immer weiter. Also man konnte tatsächlich zeigen, dass der gewünschte Effekt im Zuge der Legalisierung dann auch eingetroffen ist. Können Sie einmal ausführen, welche Probleme Sie sehen, gerade auch was Kontrolle betrifft von möglichen Konsumenten? Für uns als GdP ist die Verkehrsprävention eine hohe Bedeutung. Das ist die polizeiliche Königsklasse, nämlich die Gefahrenabwehr. Das verwundert jedoch sehr, dass gerade ein Vorhaben aus dem Bundesgesundheitsministerium die Auswirkungen einer Cannabis-Freigabe auf den Straßenverkehr derart vernachlässigt. Vor allem gilt eine Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen, die Notwendigkeit der technischen Entwicklung, Standardisierung und frühzeitigen flächendeckenden, tatsächlichen Beschaffung von Drogenschnelltestmöglichkeiten. Dies ist derzeit bei unseren Kolleginnen und Kollegen schlichtweg nicht gegeben. Auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Schnelltests gibt es auf jeden Fall für Cannabis. Es gibt Urin-Schnelltests. Wesentlich relevanter oder kritischer ist hierbei der Grenzwerte. Aktuell ist der Grenzwert für THC nach der Rechtsprechung ein Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Wenn man Cannabis im großen Stil legalisiert, laufen viele Leute Gefahr, diesen Grenzwert regelmäßig zu überschreiten. Das liegt daran, dass THC besonders lange im Blut nachweisbar ist, auch wenn die Wirkung gar nicht mehr vorhanden ist. Also hier ist wirklich die Frage, wie man diesen Grenzwert anhebt oder richtig setzt, um gerade diese Personen, die dauerhaft konsumieren, die aber trotzdem fahrtüchtig sind, hier nicht benachteiligt. Ja, was nimmt man denn aus dieser Veranstaltung mit oder anders gesagt, was sind denn sinnvolle Änderungen des Cannabis-Gesetzes? Also Punkt 1, Besitzgrenze durch den Eigenanbau auflösen oder erhöhen. Also 25 Gramm Cannabis, wenn das dann nicht mal getrocknet ist, ist wirklich nichts. Und wie gesagt, es gibt ja den Widerspruch zu den Cannabis-Social-Clubs. Also warum dürfen wir jetzt nach aktuellem Stand Mitglieder von einem Cannabis-Social-Club mehr Cannabis beziehen als im Eigenanbau? Das passt nicht, also muss man das Ganze aufheben, anpassen. Diese Grenze von 25 Gramm kann man ja gern behalten, also Besitz, wenn man jetzt im öffentlichen Raum unterwegs ist. Aber ich glaube, in den eigenen vier Wänden macht das nicht so viel Sinn. Hier muss man sich natürlich immer auch fragen, wer soll das am Ende kontrollieren? Ja, und dazu passt auch genau der Punkt Nummer 2. Es bringt doch keinem Schwein was, ein Grow zu starten, dann habe ich 25 Gramm feucht raus, dann trockne ich das noch, dann habe ich 5 Gramm trocken am Ende raus. Also das ist dann nun wirklich überhaupt kein Beitrag, wenn man den Schwarzmarkt zurückdrängen möchte. Dementsprechend muss an dieser Stelle nachgebessert werden. Ja, der dritte Punkt in meinen Augen, auch noch sehr wichtig, die Weitergabe von Cannabis an volljährige Personen muss auf jeden Fall möglich sein. Also hierbei ist ja auch die Frage, wie soll es der Gesetzgeber kontrollieren? Also aktuell, so sieht es aus im Gesetzentwurf, es soll nicht möglich sein. Ich denke, das kann man auf jeden Fall überdenken, gerne auch anpassen, weil es einfach mit der Lebensrealität, so wie aktuell der Gesetzentwurf aussieht, nicht zusammenpasst. Ja, Punkt 4. Das Cannabis-Gesetz spricht ja nicht explizit von Grenzwerten für den Straßenverkehr. Dennoch muss es hier in Zusammenhang mit dem Straßenverkehrsgesetz zu einer Anpassung kommen. Die aktuellen Grenzwerte sind einfach zu gering und hier ist die Rede im Raum von 3,5 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Die Niederländer beispielsweise haben 5 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Und das passt natürlich, wenn man diese Änderung zusammen mit dem Cannabis-Gesetz einführt. Ja, die Legalisierung war ja geplant für den 01.01. oder für Beginn 2024. Daraus wird nichts mehr, denn die zweite Lesung wurde verschoben auf die Woche von dem 11. bis 15. Dezember. Der Bundesrat muss aber auch nochmal oder kann auch nochmal einen Kommentar oder seine Einschätzung zu dem Gesetz abgeben. Deswegen steht aktuell im Raum, dass wir die Legalisierung zum 1. April 2024 bekommen. Ja, dann heißt es jetzt Daumen drücken für die Legalisierung im nächsten Jahr. Sollte dir das Video gefallen haben, dann gerne den Kanal abonnieren, liken, kommentieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut.